Also der Nutzen der grünen Gentechnik in Bayern wird sich langfristig sicherlich einstellen. Wir haben dieselbe Diskussion in der roten Gentechnik geführt. Die rote Gentechnik wurde von der Bevölkerung mit ähnlichen Argumenten sehr lange abgelehnt, bis plötzlich Produkte bekamen, nennen wir es humanes Insulin, wo der Verbraucher einen Nutzen hatte. In dem Moment dreht sich die Diskussion auch bei der grünen Gentechnik und sie wird sich hoffentlich von außen auch beeinflussen lassen, wenn wir sehen, dass Produkte wie der goldene Reis oder wie transgene Baumwolle auch für Kleinbauern einen großen Nutzen haben und es nicht nur für Großlandwirte und Konzerne einen Profit gibt. Also in der bayerischen Debatte sehe ich ein Problem. Wir führen eine Debatte nur mit einem sehr geringen Ausschnitt aus der Bevölkerung, zum Teil mit festgelegten Meinungen auf beiden Seiten. Die Gentechnik-Gegner, die in diesen Diskussionen immer vorhanden sind, kommen mit festgelegten Argumenten. Wir können diese Diskussion nur aufbrechen, wenn wir aus dem Verbund mit Ethikern und Sozialwissenschaftlern kommen, da diese Diskussion einfach nicht mit Sachargumenten zu gewinnen ist, sondern wir müssen aus dem Verständnis des Verbrauchers, aus seinen Gefühlen sozusagen, die müssen wir umsetzen in unserer Diskussion, sodass dem Verbraucher das deutlich wird. Die Diskussion in der Breite existiert eigentlich gar nicht. Sie existiert in der Politik, weil versucht wird, damit Mehrheiten und Stimmen zu erzielen und sie existiert in einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Und die Breite der Bevölkerung erreicht diese Diskussion eigentlich gar nicht.